Zeller und Melin. Der Spezialist, wenn es um moderne Hochleistungsschmierstoffe geht. Führende Automobilkonzerne, Stahlwerke, Drahthersteller und mittelständische Unternehmen setzen weltweit auf Industrie-Schmierstoffe von Zeller und Melin. Sie vertrauen auf Kompetenz, Innovationskraft und unsere mehr als 100-jährige Erfahrung in der Forschung und Entwicklung. Mit über 900 hochwertigen Industrie-Schmierstoffen bieten wir ein breites Sortiment für alle Anwendungsbereiche. Als einer der wichtigsten Schmierstofflieferanten des OEM-Zulieferers Bosch wurde Zeller und Melin schon mehrfach für herausragende Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet. Wir sind Spezialist für Kalibrieröle zur Feinjustierung von Einspritzsystemen. Weltweit werden Dieselmotoren mit Divinol-CAF kalibriert. Auf unsere Hochleistungsschmierstoffe für die Feinstbearbeitung von unterschiedlichsten Oberflächen ist Verlass. Von Guss über hochlegierte Stähle bis zur Keramik. Wir reagieren auf individuelle Anforderungen und bieten unseren Kunden jederzeit passgenaue Lösungen. Flexibel und kreativ. Die Bundeswehr oder europäische Stahlwerke stehen für das breite Anwendungsspektrum unserer Hochleistungsfette. Unsere Ziehmittel optimieren wir speziell auf Ihren Prozess. Natürlich finden Sie unsere Produkte und Vertriebspartner in mehr als 100 Ländern und auf allen Kontinenten. Ökonomisch und ökologisch immer auf dem neuesten Stand. Vertrauen auch Sie auf die perfekte Vielfalt an Industrieschmierstoffen von Zeller und Melin.